Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir müssen jetzt eben ganz schnell was uns zu essen holen, finden, fangen. Wir gehen auch gleich mal auf die Insel, vielleicht ist da noch was, was wir sammeln können an Obst oder sowas, was wir essen können. Aber jetzt eben ganz schnell noch einen Fisch knappen. So, dann können wir den jetzt essen. Dann gehen wir mal da rüber, ganz schnell. So, gelbe Blume brauchen wir nicht. Da haben wir Wassermelonen. Ja, komm, hoch. Wassermelone, Wassermelone, Wassermelone. Wenn wir die Wassermelonen essen, geben wir uns auf jeden Fall Durst. Also hier drehen wir uns. Und sättigen wir uns auch noch. Dann müssen wir eben hier auch im Wasser schauen, ob wir nochmal Ton oder so finden. Und aufpassen, dass der Hai uns nicht attackiert. Das sieht nach Ton für mich aus. Ne, ist Kupfer. Okay, Kupfer ist auch wiederum geil. Oh, ich muss die Kopfhörer leiser machen. Ich weiß ja nicht, wie laut das für euch ist. Das werde ich erst später beim Schneiden feststellen. Das sieht für mich nach Sand aus. Ne, ist Ton. Der Hai hat mich jetzt nicht im Visier. Ich hoffe, mein Raft geht's noch gut. Wo ist denn der? Ja. Dem ist nix passiert noch. Ne? Rote Blume. Die brauchen wir noch nicht. Da haben wir was. Ich hoffe, das ist Ton. Oder Sand. Ja, Ton. Und jetzt ganz schnell. Das wollte ich jetzt nicht. Ich hoffe, von hier kann der mich jetzt nicht attackieren. Noch mal Sand. Und noch mal Kupfer. Der hat mich attackiert. Dann wieder hoch. Wie viel haben wir jetzt? Kupfer, ne Ton haben wir sieben. Sand haben wir jetzt erstmal nur einen. So. Kommen wir mal ein bisschen hier hin. Das ist ein dreckiger Hai. Da kommen wir jetzt nochmal auf mich zu. Dort lassen wir erstmal liegen. Da haben wir Metall. Ist das wieder Metall oder Stein? Das sieht für mich nach Stein aus. Wieder Steine. Oh. Ich brauche noch ein bisschen Ton und viel Sand. Oder Eisen. Beziehungsweise Metall nehmen wir auch mal mit. Ich brauche noch Luft. Okay. Ton hat ein bisschen Gebrau. Dann haben wir nochmal... Oh, der Sand. Teilherz nehmen wir so viel mit, wie wir kriegen. Kiste. Wir haben Bolzen. Jetzt schnell nach oben. Okay. Okay. Keine Ahnung. Wo der Hai ist. Gerade. Da ist er. Ah. Kleiner Wichser. Ah. So weit runter will die glaube ich nicht schwimmen. Wohl die drei nehmen wir noch. Aua. Dreck Viech. Ah. Fack. Schnell hoch. Können wir hier eben den Bolz noch reinschmeißen. So. Dann können wir noch ein bisschen weiter lernen. Den hier. Das. 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 Metallachs. Geil. Ah. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Hier. Hier. Nee. Das wollten wir nicht. Sondern das. So. Wir müssen jetzt eben wieder was trinken. Äh. Genau. Süßwasser. Nochmal. Lacken rein. Da sehe ich nochmal Metall. Aha. Aber jetzt hat er mich doch nur erwischt. Da ist nochmal Sand. Und hier nochmal Sand. Ja. Drecksviech. Oh. Ah. Gleich sind wir tot. Jetzt müssen wir aber dringend was trinken. Nee. Wir müssen dringend was essen. Haben wir was zu essen hier? Nee. Ähm. Ja. Machen wir mal so. Das Viech greift uns jetzt nicht nochmal an. Aber wo haben wir den Fisch? Da. Das Ding noch nicht. Ah. Geil. Was fehlt uns noch? Eigentlich. Dieses komische grüne Ding. Metallbaden. Leiterplatte. Hier. Riesenmuschel. Die Tarnbaden müssen wir auch noch. Wir brauchen auch gleich eine neue Angel. Eine Route. Ah. Da brauchen wir Bolzen für. Wird schon wieder dunkel. Ich wollte schon sagen. So. Schauen wir mal. Hat sich da irgendwas gerespawned? An Ton oder so? Wir brauchen wieder auf jeden Fall eine neue Angel Route. Machen wir mal eben. Wir müssen jetzt dringend was essen. Nein. Linken. Haben wir nichts. Wir hatten was eingefüllt gehabt. Dann können wir die hier essen. Und verarsch. Und wie weit ist der? Platzieren. Nochmal rein. Wir gehen nochmal da hin. Wir brauchen nochmal satt. Findeweise. Warte mal. Hier. Nassen Ziegel. 1, 2. Ich glaube die beiden platzieren wir mal eben aufs Boot. Na ja, komm. Ja, und so. Die beiden fertig haben. Haben wir noch irgendwas hier für? Ja. Die können wir hier inpacken. Die können wir hier inpacken. Wir haben hier einen Wassermelonsamen im Moment. Dann. Finden wir. Ah, uns fehlt eine Planke. Wir haben die Axt. Wir können da ganz kurz eben. Den Baum. Können wir den hier auf? Ne. Den können wir nicht. Almsamen. Nice. Kokosnuss. Ist jetzt wie es selber nur so weit hier mit der Kokosnuss. Da haben wir noch eine. Aua. Mangosamen. Und eine Mango. Nicht zu mir schwimmen. So, was wollten wir jetzt machen? Genau. Äh, wir wollten hier den hier bauen. Gucken wir das mal hier hin. So, was ist das? Äh, wir wollten den hier machen. Können wir nicht? Äh, ja, was machen wir dann? Du bleibst weg. Wo weit sind die? Egal, wir... Wir reisen erstmal weiter. Ach, nee. Tschüss Insel. So, dann brauchen wir noch einen kleinen Behälter irgendwo hier. Und bei denen können wir noch nicht, weil wir kein Scharnier haben. Dann machen wir erstmal den hier. Kunststoff fehlt uns dafür. Schmelzofen will ich jetzt haben. Warum wir trocken ziehen. Nee, der Turm behalten wir erstmal. Wie weit sind wir? Immer noch nicht fertig. Ach, da haben wir auch genug. So, wir könnten eben hier den hier nochmal neu machen. So. Packen wir den mal... Oh, wir packen den hier hin. So, dann haben wir den schon mal. Und... hier. Ah, geil, wieder rote Beete. Eigentlich wäre es sinnvoller, wenn wir die kochen würden, aber... Ja. Nur so als Frage, die ich mir jetzt selber hier stelle. Warte mal. Nochmal so. Können wir davon irgendwas hier jetzt einpflanzen? Ne. Toll. Toll. Ja, den haben wir. Und gold. Das haben wir jetzt keine verpasst. Gut. Den haben wir verpasst. Da kommt einer. Ich hoffe, den kriegen wir jetzt. Den will ich jetzt kriegen. Ja. So. Hier haben wir eins, zwei, drei. So. Da können wir hier... noch ein bisschen aus... Ne, warte. Wir wollten jetzt nicht so ausbauen, sondern den hier wollten wir jetzt als nächstes haben. Das heißt, wir warten, bis wir auf der nächsten Insel sind. Obwohl wir können eigentlich in der Zeit so weiter ausbauen. Na, den... haben wir einen. Und den sammeln wir ein. Und da hinten die. So. Können wir den auch mal hier. So. Ne, da kommen wir nicht mehr dran. Okay. Okay. komm Plastik nicht ne, kriegen wir auch nicht hin so, den müssen wir jetzt hinkriegen ja, perfekt einen haben wir jetzt komm, ja, den haben wir was wir dann fasst, den müssen wir kriegen wir müssten eigentlich hier uns einen Behälter gleich aufbauen damit wir im Fall der Fälle nicht unser Staff verlieren so, dann können wir den jetzt eben genau, acht brauchen wir haben wir aber nicht dann machen wir zuerst das Werkzeug da fehlt uns Bolzen, dann machen wir den nochmal neu ich glaube, kein von den beiden kommen wir ran den da nicht und den da nicht wohl, der könnte könnten wir sogar noch Glück haben ja da haben wir wieder eine große Insel den schaffen wir nicht doch, den schaffen wir und wieder rote Beete nein nein ah, den haben wir gekriegt so hier ist er da fehlt uns noch zwei zweimal Plastik ach nee genau jetzt muss er angreifen so Plastik und war hier nicht irgendwo ein Blatt geht auch so kleines Lager genau dann packen wir den mal hier hin öffnen schmeißen wir das rein Kupfer schmeißen wir rein da als Kupfer packen wir die Damen auch erstmal da rein und den restlichen Ton packen wir auch erstmal da rein die beiden packen wir auch mal da rein ja dafür fehlt uns noch ein bisschen ok diese großen Inseln sind übrigens für uns noch zu hart diese mittelgroßen Dinger auch eigentlich deswegen werden wir da noch nicht hinparrellen weil wir noch nicht holt die ist auch nicht so groß Zuckels Kunststoff danke so den ziehen wir jetzt hier hin und schnapp uns noch den da dann lassen wir doch vielleicht da hin paddeln komm komm nein wir paddeln da wir sehen zu dass wir auf der Insel noch irgendwie wissen was finden drumherum ein paar Früchte keine Ahnung du greifst mich jetzt nicht an du musst es überleben du musst es schaffen paddeln wir brauchen gleich sofort einen neuen Paddel so Paddel nein nicht genug Kunststoff was mach ich jetzt ich hab nicht genug Kunststoff dafür wir machen das so und los ein bisschen scheiße aber war klar dass der mich jetzt attackiert hier sind wo sand ich jetzt ein sand aber ich finde es geil dass ich hier so einfach an der wand laufen kann nicht unterfallen nicht unterfallen geht auf dann war ton und hier nochmal ton jetzt aber gehen wir mal auf die insel na wir werden auf dem boot wahrscheinlich ein bisschen was verlieren hier gibt es Kokosnuss eine Mango Entschuldigung da ist noch Kuhn und Sand das ist noch mal Sand aber Ton haben wir glaube ich genug die nehmen wir noch mit jetzt schnell wieder hoch ich brauche Luft da müssen wir jetzt eben ganz schnell die Dinger essen gehen auch nach oben gehen auch nach oben ich weiß was ich hier oben noch finden nein nicht drunter fallen wo ist unser Schlaf da hinten ist der attackiert worden noch nicht das kriegen wir jetzt hier nicht viel hier gibt es eine Kokosnuss nice und Palmsamen wir haben jetzt acht mal Ton und dreimal Sand hier sind hier nach der Ziegel können wir mal staun ob ich hier nochmal irgendwo was finden hier ist aber ganz schön leer hier gibt es Sand jede Menge Riesenmuschel eingesammelt und hier nochmal Metallherze jetzt ganz schnell wieder Luft gut dass wir hier reingeschwungen sind den Metallherz nehmen wir noch mit davon sind auch nochmal ein paar Sand und jetzt schnell hoch Luft dann nehmen wir das da auch noch mit gut verbrauchen wir jetzt nicht Metall können wir jetzt auch nicht alles sammeln da ist der Hai Sand hier noch irgendwo Sand nee aber jetzt müsste wahrscheinlich irgendwo ein groß weg von mir hi ich habe nicht gesehen wie du auf mich zugeschwommen kamst müsste jetzt mal die Kokosnuss essen haben wir noch irgendwas zum essen nee aber sieben Sand haben wir schon mal das heißt nochmal eins zwei drei müsste eigentlich glaube ich schon reichen was wir da haben haben oh das war aber knapp trockenziegel trockenziegel haben wir nice dann eins ach nee sechs Viech ja wir können geil geil ein Heikopf haben wir das heißt wir können jetzt nochmal kurz hier erkunden wir werden weil ich nicht kommen und wir haben jetzt erstmal Hai als Essen das heißt wir müssten gleich einen Grill bauen wir hätten die andere Richtung schwimmen sollen genau hier sollten wir hin haben wir nochmal Ton oder Sand das Ton hier haben wir Sand nochmal Ton wir schwimmen erstmal hoch Luft und wieder runter nehmen wir das mit ähm oh weg damit wir haben mittlerweile festgestellt dass äh beziehungsweise was heißt was heißt mittlerweile also in der eigentlichen Aufnahme Session die ich zuerst gemacht hatte wo ich dann die ganze Zeit nur noch am Abkratzen war und nicht mehr weiter kam weil ich nur am sterben war äh dass die Haiköpfe gar nichts bringen die greifen einen trotzdem immer an mit den Haiköpfen also ja so dann würde ich sagen gehen wir nochmal aufs Boot so da da dauert bis die fertig sind können wir ne ich würde sagen sinnvoll wäre es wenn ich jetzt nochmal einen neuen Haken mache nein mach ich den hier weg da haben wir den guten wieder hier müssen wir noch eben kurz reparieren ja dann hier können wir das hier noch reinschmeißen oh äh äh Kupfer können wir noch reinschmeißen hier haben wir noch Ton so ähm ja die können wir noch reinschmeißen wir brauchen mehr Lager nehmen wir den hier nochmal auf wir brauchen den gleich aber ich würde sagen das machen wir in der nächsten Aufnahme Session äh ne ja ja ich glaube ich mache noch ein zwei Folgen heute dann in der nächsten Folge da ist der Hai wieder da und wir müssen was essen ne wir haben wir haben ja das Hai-Pleisch warte wir können das hier essen ja alles klar und müssen noch was trinken ganz schnell so dann bis zur nächsten Folge ciao ciao Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020